Er heißt Louis Hofmann! Louis, komm hoch! ...schmarrn können irgendwie in den letzten zehn Jahren... Ich mach das ja schon seit zehn Jahren. Wer genau ist denn dieser doofe... Ah, sexy. Priester. Oder es geht Jon Snow genauso. Jetzt wirst du gehatet. Ihr müsst davor Spoiler einblenden, das ist richtig wichtig. Regel merkt, dass es preisverdächtig sein kann. Und das ist einfach... das ist krass. Ja. Aber klar, immer nur allein durch die Höhle kraxeln ist dann schon ein bisschen schade. Alles klar, dann wünsche ich viel Erfolg für heute Abend. Dankeschön. Ich glaube, es wird kein normales Date. Ich glaube, es wird kein normales Date. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall wieder abhängen. Ich auch. Ich würde definitiv Lisa abhängen. Ja. 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 Wer war besser von euch in der Schule? Das ist aber fies. Eins. Ja. Du bist kreativer. Ja. 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 Ja.